Was heißt das genau? Verbindungsblick zuerst einmal natürlich geografisch. Die Schweiz war für viele der damaligen Terroristen eben ein Transitland von Norden nach Süden, von Süden nach Norden. Und nicht zuletzt darum kam es an verschiedenen Grenzposten auch zu schweren Zwischenfällen zwischen den Grenzwächtern und den Terroristen. Aber die Schweiz war auch, um es etwas vereinfacht zu sagen, so etwas wie ein Waffenlager für Terroristen. Ein Waffenlager? Ja, ein Waffenlager. Einfach weil man in der Schweiz die Munitions- und Waffendepots relativ einfach ausnehmen konnte. Sie konnten leicht geknackt werden. Und so gelangten dann auch eben viele Waffen aus der Schweiz in die Hände der Brigade Rosse und der Roten Armeefraktion. Und ja, ganz allgemein ist es eben auch spannend zu beobachten, wie die Schweiz sich zum Terrorismus verhielt in dieser Zeit. Wie hat sie sich denn verhalten? Ja, darüber habe ich mit Dominique Grisa gesprochen. Dominique Grisa ist Historikerin, sie lehrt am Zentrum für Genderforschung der Universität Baselist, Mitbegründerin des Swiss Center for Social Research. Und sie hat ein wegweisendes Buch zur Rolle der Frauen im Linksterrorismus geschrieben. Und ich habe sie zunächst gefragt, ob denn in diesem Jahr 1978, als Aldo Moro entführt und ermordet wurde, ob da die Schweiz so etwas wie eine Insel der Ruhe vor dem Terror war? Eigentlich überhaupt nicht. Drei Ereignisse sind vielleicht kennzeichnend für das 78 in der Schweiz. Einerseits im Sommer gab es den sogenannten Terroristenprozess im kleinen Städtchen Bruntrut im Jura. Und da kamen alle, auch Medien, also es war eine Riesensache, es wurde polizeilich hochgesichert. Es ging nämlich um Gabriele Kröcher-Tiedemann, ein Mitglied der Bewegung 2. Juni und ihren Kollegen Christian Müller. Und diese beiden hatten an der Grenze Schweiz-Frankreich Zöllner angeschossen und zwar sehr schwer verletzt. Sie haben beide dann ziemlich hohe Strafen bekommen. Also da war eigentlich die Schweiz im Ausnahmezustand. Es war da auch viel Angst herum. Man hatte auch Angst eben, ja jetzt kommt dieser Terrorismus von Deutschland und auch von Italien in die Schweiz. Und ja eben die Moro-Geschichte in Italien, das bewegt natürlich auch die Schweiz und auch der deutsche Herbst, der kurz vorher im 77 stattfand. Und dann waren zwei wichtige Abstimmungen. Einerseits wurde über den Kanton Jura abgestimmt. Also diese Separatisten, die eigentlich eben nie als Terroristen galten, obwohl sie ganz viele Anschläge getätigt haben, die haben dann auf eine Art und Weise gewonnen und sie haben ihren Kanton dann auch bekommen. Die zweite Abstimmung ging um die Bundessicherheitspolitei. Das war im Dezember 78. Und da ist spannend, dass diese Hochhaus abgelehnt wurde. Das wäre vielleicht heute anders. Da haben sich ganz viele dagegen verbündet, obwohl eigentlich diese Angst da war. Also obwohl die Angst gegen den Terror da war, hat man keine Bundessicherheitspolitei gewollt. Also unter anderem auch die Kantone wollten ihre Hoheit nicht abgeben gegenüber dem Bund. Aber auch die Romandie stellte sich sehr stark dagegen. Und auch die schwulen Organisationen, die bisher noch nicht groß organisiert waren, haben sich gegen diese Sicherheitspolizei gewendet. Also da war ganz viel Angst gegenüber Überwachung des Staates da. Und man wehrte sich dagegen mit Demonstrationen, grossen Kongressen und doch viel Agitation auf der linken Seite. Also eine Schweiz, würden Sie sagen, die so im Zwiespalt stand zwischen einerseits Angst vor dem Terror, gleichzeitig aber auch Angst vor zu viel Überwachung. Genau. Und das Entscheidende dabei ist, dass der Terror im Mythos der Schweiz etwas Fremdgemachtes war. Es war nie etwas, das eigentlich schweizerisch war. Und ich glaube, mitunter deshalb auch wurde diese Bundessicherheitspolizei abgelehnt, weil man wie nicht wahrhaben wollte, dass es auch in der Schweiz Agitation gab von eben Schweizern, die sich eben mit den Umständen auch in der Schweiz nicht zufriedenstellten. In diesem Jahr 1978 fand auch ein Prozess statt gegen eine deutsche Terroristin, eine deutsch-italienische Terroristin, Petra Krause. Der Prozess fand in Neapel statt. Und diese Petra Krause, was hat Petra Krause für eine Rolle gespielt in der Schweiz? Ja, sie war vor allem auch eine sehr bedeutende Medienfigur. Aufgrund auch ihrer Statur. Sie war eine sehr kleine, zierliche Frau. Auch aufgrund ihres Geschlechts war sie sehr exponiert. Das war etwas noch wenig Gehörtes, vor allem in der Schweiz, dass eine Frau eben zu solchen oder zu Gewalttaten und zu Terrorismus fähig war. Es gab es in Deutschland. Aber eben, dass jetzt diese Frauen sich auch in der Schweiz befanden, das machte vielen Angst. Aber tatsächlich hatte Petra Krause für die kurze Zeit, die sie eigentlich in der Schweiz tatsächlich war, sehr lange pendelte sie zwischen Mailand und Zürich. Aber für die kurze Zeit, die sie wirklich in der Schweiz war, hat sie hier vor allem in Sachen Vernetzung eine wichtige Rolle gespielt. Vernetzung zwischen den deutschen Terroristen und der italienischen, außerparlamentarischen Linken und auch den Roten Brigaden, also der Brigade Rosse. Sie kam 1974 in die Schweiz und hat ungefähr ein Jahr überhaupt aktiv sein können. Dann wurde sie gefasst. Wenn Sie sagen, sie hat so etwas wie eine Verbindung gespielt zwischen der RAV in Deutschland und den Brigade Rosse in Italien. Wie hat das funktioniert? Also die Petra Krause, um halt ein bisschen auszuholen, sie ist gebürtige Deutsche, ist eigentlich ein bisschen älter auch als die meisten der damaligen Terroristen. Sie ist bereits 1939 geboren. Laut eigener Aussage hat sie eine traumatische Geschichte hinter sich, hat ihre Kindheit aufgrund auch ihrer jüdischen Herkunft teilweise in Konzentrationslagern verbracht, hat ihre Familie da auch verloren. Dann ist sie zu Adoptiveltern gekommen, sehr früh abgehauen schon, also als Jugendliche hat dann einen italienischen Arzt geheiratet. Sie kam dann so nach Italien und hatte so aufgrund ihrer eigenen Biografie diese Verbindung Deutschland-Italien. In Italien hat sie sich sehr schnell mit Anarchisten verbündet. Ob sie selber Anarchistin war, das weiss man nicht so genau. Man weiss eigentlich relativ wenig über ihre Ideologie. Aber jedenfalls hatte sie sehr viele Kontakte zu außerparlamentarischen Linken in Italien und somit dann auch sehr schnell eben zu den Linken in der Schweiz. Und da ist vielleicht entscheidend, dass bereits seit 1969 zwischen der Schweiz und Potere Operario, die hatten dann alle Ableger in der Schweiz, da ist zum Beispiel eine Buchhandlung entscheidend, dass Eco Libri und der Giorgio Bellini, der das betrieben hatte, hat geschaut, dass da in dieser Buchhandlung eben die Fäden zusammenlaufen, dass da auch koordiniert werden konnte, was manchmal dann eben schwierig war in Italien und in der Schweiz. Das war dann eben ruhiger und weniger gefährlich und da konnte viel eben dann geschaut werden. Und Petra Krause kam dann durch diese Kontakte auf eine Art auch eben nach Zürich. Also die Schweiz, so wie Sie das schildern, Dominique Risa, so etwas wie ein Eldorado für all diejenigen, die terroristische Anschläge und Operationen koordinieren wollten? Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich kann man sagen, dass die Schweiz bekannt war als Unterschlupfsort. Sie war bekannt als sogenanntes Waffenlager oder Waffendepot und Waffenhandel auch und eben auch als Koordinationszentrum, wo die Fäden zusammenliefen. Der bekannte Anwalt der Brigade Rosse, der Sergio Spazali, der kam häufig in die Schweiz, weil er auch da einen Ableger des Internationalen Verteidigerkomitees gründete. Und Spazali hat auch in einer Anklage in Italien auch die Krause, Petra Krause, verteidigt. Aber scheinbar laut Zeugenaussagen hat er auch immer wieder Waffen mitgenommen aus der Schweiz. Die wurden hier in der Schweiz von den Militärdepots gestohlen, häufig auch versteckt hier, unter anderem scheinbar auch auf dem Grundstück des bekannten Verlegers Feltrinelli. Jetzt Petra Krause und ihre Zelle, Sie haben es schon angesprochen, die haben eine Reihe von Munitionsdepots in der Schweiz ausgehoben und eben sowohl die Brigade Rosse, Sie haben es erzählt, wie auch die RAF mit Waffen versorgt. Wie ging das denn? Ja, das war eigentlich sehr handgestrickt auch. Also diese Zelle, die existierte eigentlich bereits 1971 und das waren drei sehr junge Zürcher Männer. Sie waren nicht aus dem studentischen Milieu, sie waren also nicht Studierende, sondern eher, ja, untere Mittelschicht, eher eigentlich Typ, die dann eine Lehre machten. Und die haben sich organisiert zusammen und haben zuerst mal eben diese Kontakte, die bereits bestanden, eben vor allem zu auch Italienern geknüpft. Und ihnen ging es wenig darum, die Missstände der Schweiz anzuprangern, sondern sie haben sich häufig solidarisiert mit Ungerechtigkeiten in Spanien, zum Beispiel im Franco-Regime oder eben Italien. Und teilweise auch Deutschland, aber ehrlich gesagt, eben die Waffen, die dann tatsächlich bei der RAF landeten, die hätten eigentlich den Anarchisten in Spanien gegolten. Und darum sind sie dann über die sogenannte grüne Grenze, also sie sind zu Fuss dann eigentlich über die Grenze von der Schweiz nach Deutschland, einfach spaziert und haben die Waffen überbracht. Und glaubten dann eben, die würden dann in Spanien zugutekommen, eben dem Kampf gegen Franco und haben dann erst aus dem Fernsehen erfahren, eben, dass sie in einem Anschlag, der von RAF-nahen Gruppen verübt wurden, Verwendung fanden. Petra Krause war die Cheforganisatorin, die logistische Organisatorin, der Kopf der Gruppe hat einen großen Einfluss gehabt. Wie ging das Verhältnis zwischen diesen jungen Schweizer Männern und dieser doch etwas älteren, auch erfahreneren Frau aus Italien bzw. aus Deutschland? Ja, das ist halt die Frage, weil da haben sich dann auch viele Gerüchte drum gerankt und die Medien sind dann auch hoch oder Sturm gelaufen darüber, eben, was das für ein Verhältnis ist zwischen diesen jungen Männern. Und viele dachten dann, oder haben das auch so geschildert in den Medien, ja, diese Jungen seien ihr abhängig gewesen, die hätten nur noch gemacht, was sie ihnen befohlen hätte. Die Zeugenaussagen auch dieser jungen Männer haben auch dann eher stark gemacht, dass eigentlich Petra Krause gar nicht richtig zur Gruppe gehört hätte und sie eigentlich, ja, gar nicht gewusst hätten, was ihr richtiger Name ist, weil natürlich hatte Petra Krause auch zahlreiche Pseudonyme. Also sie spielten da auch ein bisschen naiv, würde ich meinen, diese Zürcher Anarchisten, ja, als es um den Prozess ging, um auch quasi Verantwortung abzugeben, um auch zu schauen, dass sie weniger harte Strafen erhielten. Und tatsächlich hat auch der eine junge Mann dann im Strafvollzug, der Petra Krause, einen Heiratsantrag gemacht, weil er dachte, sie würde dann eine weniger harte Strafe erhalten. Petra Krause wurde dann 1975 verhaftet, gelangte dann in Isolationshaft und machte dann Geschichte, möchte man sagen, weil sie sich gegen diese Isolationshafte gewehrt hat. Sie trat in den Hungerstreik. Vielen Dank.